Hey, mein Mann. Und da drin. Das ist das Schöne an Musik. Sie können sie dir nicht nehmen. Habt ihr bei Musik nie sowas empfunden? Ich hab als jünger Spund meine heiße Mundharmonika geblasen. Ich hab als jünger Spund meine... Später hatte ich als jünger Spund mehr. Hier drin ist sowas nicht. Ich hab als jünger Spund meine... Aber wieso? Gerade hier ist es nicht verstanden. Man braucht Musik, um nicht zu vergessen. Vergessen? Um nicht zu vergessen, dass... Noch. Um nicht zu vergessen, dass Orte auf der Welt gibt, die nicht aus Steinen sind. Dass in deinem... Inneren... Etwas ist, dass sie nichts kriegen können. Dass dir allein gehört. Wovon sprichst du? Ja. Hoffnung. Dann will ich dir was über Hoffnung sagen. Hoffnung ist sehr gefährlich. Hoffnung kann einem Mann in den Wahnsinn treiben. Hier drin nützt sie dir nichts. Am besten du vergisst das noch. Was ist der Real Deadline? 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 Das Geist... Untertitelung des ZDF, 2020 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.